da wird doch der hund in der falle verrückt hier du das ist aber scheiße das ist aber kacke ich brauche ein kleister kann man welches machen aus blechen aus rohren hatte na toll nein rohre kann man machen auch schrott aber ein schrott machen außer zu angeln nein wahrscheinlich nicht fässer fässer machen schrott die fässer machen blech das macht schrott ja das macht schrott war da haben wir noch mehr mülleimer irgendwo irgendwas was ich auseinanderschrauben kann hier werden nur bleche bleche stahlsäge benötigt irgendwas was man hier auseinander bauen kann ich glaube wir müssen echt mal schrott angeln gehen echt jetzt ich brauche erstmal so ein zeug ich muss das wegkriegen sonst holt mich das schneller ein als ich gucken kann schrott haben wir nur drei haben wir hier noch schrott bitte 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 nur eins zwei drei vier fünf sechs sieben scheibenkleister was mich das ärgert kann man hier irgendwas zerlegen komm schon irgendwas prüfen nein 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 will ich nicht das ist die kram nur plastik ramm kaputt Das ist aber nicht schön. Können wir hier noch was machen? Viel Schrott. Ja, Survival denke ich auch. Tricks würde ich jetzt mal sagen gilt unter Survival. Was mich das gerade ärgert. Und am Verhungern bin ich auch schon wieder. Warum sagt mir das keiner? Ich hab noch mal Belade irgendwo. Warte mal, hier. Haben wir hier noch mal Belade? Ja. Das kannst du kriegen. So. Was macht der denn da? Hat der jetzt da eingeklemmt? Batterie stand niedrig. Jetzt muss ich für den so ein Dingster machen, ne? So ein Batterieauflade-Ding ins Kirchen, ne? Hier, Ladestation für Roboter. Na toll. Na toll. Es geht auch größer. Kann kein. Wir müssen noch mal eine Drohne fliegen lassen. Ob wir noch mal Schrott von unterwegs kriegen. Hier kriegen wir nur Plastik. Hier kriegen wir Schrott. Hier mal Schrott. Oh, 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 oh. Mein Traum. Dann nehmen wir das auch noch mit. Geld haben wir ja noch nicht genug, denke ich mal. War ja so klug und hab das Geld nicht mitgenommen. Aber wo stelle ich denn jetzt da die Ladestation? Also ich würde die Ladestation jetzt da hinstellen, wo sich die neue Pflanze da entwickelt hat. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die da hinzustellen, ne? Da würde ich die hinstellen wollen. Jetzt müssen wir erst mal hier so eine Sprayflasche machen. Ich darf damit nicht rumarsen. Das ist wirklich wahr. Ich darf damit echt nicht rumarsen. Oder neun. Aber hier passt die Ladestation gar nicht hin, ne? Die haben den Zaun jetzt auch hier weggefressen, ne? Die haben die, die sind auch weggefressen. Die haben die, die sind auch weggefressen. ja hier komme ich ja dann auch ich komme hier nicht an dieser von vorbei möchte so gern an der hier vorbei einfach haben wir benötigt na toll einfacher hammer benötigt einfachen hammer könnte ich mir leisten aus den dings die müsste ich mir da aus dem automaten holen komm ich da rüber? ne komm ich nicht die habe ich auch zurück gedrängt damit komme ich ja nicht weit mit da komme ich ja überhaupt nicht weit mit das ding ist aber auch riesig ne ist ja auch ein einfacher hammer was kostet dieser blöde einfache hammer hier der hammer ja ja einfache hammer 5 salate was kostet der bei dem anderen da hinten bei dem bei dem menschen da da bei dem händler 385 lohnt sich ein einkauf ne wieso geht der jetzt hier nicht mehr voll ja egal ich glaube wir fahren noch mal schnell zum händler holen uns auch den bohrer aufsatz und gucken mal ob der auch einen hammer hat wir haben nicht viel geld aber muss gehen irgendwie weil die salate müssen wir nicht unbedingt ok wir brauchen den hier pumpe nehmen wir auch mit wer weiß wozu wir die brauchen mehr können wir uns leider gerade nicht leisten außer pilze aber die werde ich nicht kaufen gut dann werde ich jetzt den besseren bohrer bauen können oder das wäre ja cool also es ist wirklich mühsam ernährt sich das eichhörnchen und jetzt habe ich die ganze zeit gemacht gepuzzelt und getan und habe dabei tatsächlich nicht ähm nicht angebaut also kein anbau betrieben gar nichts ne also das muss jetzt nebenbei auch noch immer noch alles flutschen von daher keine ahnung wie man das schaffen soll so ähm warte hier war das nicht elektrizität ba 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 was war denn das jetzt was war das hier ich vergesse das das war doch das was wir wollten oder das war doch das was wir wollten oder stahlsäge können wir noch nicht weil wir sägeblatt nicht ich mach das jetzt so können wir jetzt hier irgendwas machen bohrmaschine da er braucht die stahlsäge es ist einfach zum jammern das ist noch so ein flüssigkeitsding haben wir noch eine flasche flasche diese kack stahlsäge geht mir richtig offen da oben ist das ding der plan da hinten ich komme da nicht dran jetzt komm ich jetzt ran nein ich komme immer noch nicht ran metallsäge ja 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 gib her noch ein nützlicher entwurf sieht aus wie ein ressourcendrucker der seltene komponenten und ressourcen drucken kann neuer entwurf ja 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 haben wir hier jetzt auch noch ein b dünge was ist das mondknollensamen sie wird fernab der erde angebaut daher der name ich kann sie zur stärke verarbeiten um viele köstlichkeiten zuzubereiten oh wie komm ähm hallo ich sehe nix wenn es mir gelingt aus der knollenstärke brot zu backen muss ich unbedingt bei url angeben er ist ein wahrer gummi weiß er sicher zu schätzen ok warte hier wir sind zwar ratzevoll aber wir sind weiter leute oh man willste haben wir oh guck mal aah hier ist schon wieder so eine schittendüdelpflanze einfache hammer und so weiter ok 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 die pflanze ist hier wohl echt überflüssig wie ein kopf so wir müssen nach hause erstmal geben kann ich nicht brauchen wir nicht können wir jetzt nicht mitnehmen können wir jetzt nicht mitnehmen hier müssen wir nochmal einen injektor haben genau oha die sind voll wir brauchen Platz wir brauchen Platz jetzt rennen wir hier schon Kilometer so warte was haben wir jetzt noch gelernt ich wollte diese ressourcendrucker wenn du mit einer stromquelle verbindest kann er auch die komplexesten ressourcen drucken zum beispiel metallkonstruktionen naja ich würde gerne erstmal den einen das eine machen ich weiß nur nicht wo ich den hinstellen soll das ist mein problem ich habe da echt ein problem wo ich den hinstellen soll kann ich das jetzt hier auch schon auseinander bauen nein verstärkete hammer Gian Educator aus von 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 Tja, wir wissen, wir haben echt Probleme, ne? Die haben ja echte Probleme, ne, das nicht. Der Roboter ist so allein singen, ja, 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 der ist so allein, der braucht Strom. Nein, will ich nicht, warte mal. Warum ist er denn da so allein? Komm doch mal her hier. Kann ich den irgendwie wegnehmen, wird? Oh nein, jetzt kommen die anderen Schwachmaten schon wieder. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Kann der das nicht machen, der Roboter? Wahrscheinlich eher nicht, ja? Da kommen sie schon. Er war klar. Ich muss von diesem Salat machen, damit ich da diesen Hammer kriege. Den einfachen Hammer. Das heißt, ich brauche diese blöden Blumen. Wenn ich irgendwo welche noch sehe, nehme ich sie jetzt einfach mal mit. Weil die brauchen wir jetzt mal. Fünf Salate, echt jetzt? Ein neues Beet brauche ich auch. Das passt alles nicht hierher, so wie ich das möchte. Man kann Robby auch umstellen vom Sammeln. Ja, er soll irgendwas konstruieren. Hm, kann man. Ja, und dann ist Salat alle. Ich glaube, ich muss bei dem Salat mal ein bisschen mehr abpflanzen. Da kommen Blumen. Und dann will ich hier Mondknollensamen. Kann ich da nicht? Doch, kann ich. Mondknollensamen haben wir auch fertig. Hör auf zu singen, Mädel. So, wir müssen mal gucken, was wir noch... Ich hoffe noch ein paar Pilze oder sowas. Heidelbeer Marmelade. Ich kriege Schrott aus den Dingen. Hä, wie geht das denn? Ich kriege Schrott aus den Dingen. Das wusste ich auch nicht. Guck mal ein an. Wusste dir, dass wir aus den Fischen Schrott kriegen? Oder habe ich den da reingemacht? Nein, habe ich nicht, ne? So, jetzt müssen wir erst mal essen. Sonst nehmen wir hier demnächst mal ein bisschen Schaden. Und dann wollen wir natürlich, ähm... Ach, solange ich dieses Teil habe, bin ich groß und stark. Ah ja. Oh gar nicht, da bin ich groß und stark. Nur helfen tut es mir nichts, ne? Wir müssen Wasser holen. Wir müssen Wasser holen. Was ist mit der Pumpe? Wo kann ich die anbinden? Kann ich doch bestimmt unten, unten anbinden. Kann man die hier irgendwie... Salzwasser. Warte mal, so. Ist hier. Da kann ich auch nur. Voll. Also hier kann ich kein Wasser hier antampen. Na gut. Ich habe immer noch kein Platz. Für das Auflade-Ding, für den Roboter. Weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Weil ich brauche den Hammer. Ich würde das gerne hier hinstellen wollen. Stahlsäge benötigt. Stahlsäge benötigt. Ja, ich... Ohren. Komm schon. Das könnte man hier echt gut hinstellen. Dreh mit er. Wie wäre es, wenn du nur... Aber das darf da nicht. Echt jetzt? In diesem Bereich nur. Nur in diesem Bereich. Ja? So, was brauchen wir hier für... Jede Menge Zeug. Flexiglas, das... Das... Wir haben nichts davon. Das Einzige, was wir davon haben, ist Matrix. Ah... Guck mal, jetzt nützt uns der ganze Roboter gar nix. Weil wir das nicht haben. Das nützt uns gar nix. Ja? Super. Säge... Untertitelung des ZDF, 2020